Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinge. Heute wird es ziemlich dramatisch mit dem Splitter-Double Shanghai Dream, das mir freundlicherweise vom Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Vielen lieben Dank dafür. I am Nerd Warum es dramatisch wird, zeigt schon eine kurze Inhaltsangabe. Die Geschichte startet nämlich in Berlin, zu einer Zeit, die gar nicht gefährlicher sein könnte, nämlich 1938. Und unsere Hauptfiguren sind ein jüdisches Paar, Bernhard Herrsch und seine Frau Illo. sowie ihre Verwandten und Freunde. Die Maßnahmen der Nazis gegen die jüdische Bevölkerung werden immer härter und die beiden, die zuvor als Regieassistent und Drehbuchautorin im Filmgeschäft bei der UFA gearbeitet haben, müssen sich nun mit kleinen Jobs über Wasser halten, da dort inzwischen nur noch Propagandafilme gedreht werden und Juden allgemein nicht mehr in allen Bereichen arbeiten dürfen. Als die Gewalt zunimmt, beschließt die Familie, ihr letztes Geld zusammenzukratzen und aus Deutschland zu fliehen, was sich allerdings als schwierig erweist, denn es gibt nur noch wenige Länder, in die man ausreisen darf und eine illegale Flucht über die Grenze ist viel zu gefährlich. Einer dieser Orte ist das von den Japanern besetzte Shanghai, also in China und deshalb beschließen sie, dorthin zu reisen und sich den Nazi-Schergen zu entziehen. Jedoch ist das Geld knapp und die Tickets rar, sodass nur Illo und Bernhard fliehen können, doch Illo will ihren Vater nicht alleine lassen. Das Szenario zu Shanghai Dream stammt von Philippe Thirot nach einer Geschichte von Edward Ryan und Yang Shi und bietet wirklich starken Tobak, denn wir erleben die Grausamkeiten, die die jüdische Bevölkerung vor und während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland zu erleiden hatte und spüren den verzweifelten Kampf ums Überleben. Illo, die zuvor Drehbuchautorin war, schlägt sich nun mit Näharbeiten durch, ihr Vater steht kurz davor, enteignet zu werden und er kommt auch nur aus einer Situation heraus, aus einer sehr gefährlichen Situation, weil er dem SA-Mann im Ersten Weltkrieg mal das Leben gerettet hatte und dabei sein Bein verloren hat. Doch auch dieser vermeintliche Schutz währt nicht lange. Nach der anfänglichen Idee der Flucht werden der Familie auch immer weitere Steine in den Weg gelegt und verherrende Entscheidungen getroffen, die das Paar hinterher auseinanderreißen. Hoffnungen werden brutal zerstört und der Leser erleidet alles mit. Ja, der leidet auch wirklich mit. Einzig der starke Wille und Optimismus der Protagonisten gibt der Geschichte einen positiven Funken, um nicht gänzlich in der Verzweiflung zu versinken. Die Zeichnungen des Portugiesen Jorge Miguel verfolgen den typischen franco-belgischen Stil und geben so der Geschichte einen großen Schuss Realismus und damit auch eine enorme Glaubwürdigkeit. Die Figuren wirken realistisch und noch viel wichtiger sind die Bilder von Berlin und Shanghai, unglaublich detailgetreu und wirken damit extrem glaubhaft. Gerade zu Beginn in den Ufa-Studios sieht man die ein oder andere Verneigung an die damalige Zeit oder besser gesagt die Zeit davor, wie die Maschinen-Maria der ikonischen Figur aus Fritz Langs Monumentalwerk Metropolis. Grafisch bietet Miguel wirklich eine ganz hervorragende Arbeit und die Farben von Delph unterstützen auch noch die Schwere der Geschichte mit einem reduzierten Farbraum und entsättigten Farben, die einen leichten Gelbstich haben, der auch für Weltkriegsfilme durchaus typisch ist. Also jetzt nicht die Schwarz-Weiß-Werke von damals. Und so bekommt die triste und drückende Stimmung der Zeit noch mehr Bedeutung. Insgesamt wirken Zeichnungen und Farben wirklich sehr stimmig und passend. Tiro und Miguel liefern mit Shanghai Dream ein Auf und Ab aus Hoffen und Bangen, bei dem Träume durch das brutale Vorgehen den nationalsozialistischen Schergen ganz schnell wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt werden. Trotzdem geben die Protagonisten nicht auf und verfolgen aller Schwierigkeiten zum Trotz ihren Weg, auch wenn es immer wieder harte Rückschläge gibt. Letztendlich sind aber diese Träume das, was einem Hoffnung gibt und durch die schweren Zeiten hilft. Die Grafiknovelle zeichnet trotz ihrer fiktiven Figuren jedoch ein realistisches Bild der damaligen Zeit und bietet darüber hinaus noch weniger bekannte Fakten wie China als Fluchtziel, so getarnt als Familienurlaub, weil man als Jude nach Fortschreiten der Regierung durch Adolf Hitler nur noch nach Shanghai und andere Städte Asiens ausreisen konnte, da sich diese ebenfalls in der Hand der Achsenmächte befanden. Bekannter ist natürlich der Fakt, dass viele Flüchtlinge nach Amerika gegangen sind, was aber zu diesem Zeitpunkt kaum noch möglich war, weil man durch die Bürokratie ein Visum brauchte und immer mehr Hürden in den Weg gestellt bekommen hat. Bei dem immer stärker werdenden Hass hilft es irgendwann auch nicht mehr, wenn man sich im Krieg für das einzige Vaterland verdient gemacht hat und vieles geopfert hat. Das als Splitter Double erschienene Werk hat 112 Seiten, also den Umfang zweier Alben aus dem Splitter Verlag in etwa und kostet 22 Euro und ist vielleicht eine gute Lektüre für Corona-Leugner, um zu sehen, was in einer echten Diktatur mit Menschen passiert. Aber natürlich auch für jeden anderen, der geschichtlich irgendwie interessiert ist und schwere Dramen nicht scheut. Ansonsten bleibt mir natürlich wie immer nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, drückt auch auf die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden und wie immer sind Daumen und Kommentare sehr gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!